Hier ist nun meine Empfehlung für die Kategorie Cabernet Sauvignon Deutschland Barrique. Ja, kommt vom Paradewinzer Volker Schmidt aus Hernsheim in Einhessen, von dem ich ja viele Weine habe. Ich bin ja ein absolut begeisterter Anhänger dieses jungen Winzers, der mit jungen Jahren, Mitte 30, das Weingut allein hat übernehmen müssen, weil sein Vater leider viel zu früh gestorben ist. Volker hat ein extremes Hemdchen für Rotweine, das gilt für Spätburgunder, mit denen ist er mittlerweile auch schon ein bisschen bekannter, wofür er noch nicht ganz so bekannt ist, aber ich hoffe, da mithelfen zu können, damit er bekannter wird, weil die Weine haben es mehr als verdient, sind eben Weine für Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, was ja sonst vor allen Dingen in Bordeaux großartig zu Hause ist, gibt es in Deutschland natürlich auch vereinzelt, es gibt einige Winzer, Knipsers, die Knipsers dieser Welt, die tolle Cabernet Sauvignons machen. In Franken gibt es zum Beispiel Luckert, der macht auch ganz tolle Cabernet Sauvignons, sind natürlich meistens dann Weine, wenn die in der Spitze sind in Deutschland, die dann 50, 60, 70, 80 Euro kosten. Ich will auch gar nicht sagen, zu teuer sind, weil das sind exzellente Weine, aber dieser ist eben einer bestimmt der Top 5 Cabernets in Deutschland, aber er kostet deutlichst weniger, der Wein kostet 14,90 Euro bei mir, also Value for Money ist hier extrem gegeben. Das heißt, er ist ein unglaublich feingeschliffler Cabernet mit schönen Röstaromen, mit unheimlich viel schwarzer Johannisbeere, also Cassisnoten. Es ist der Top-Begleiter für Steaks. Also man kann natürlich jetzt auch gucken unter Rotwein, Datenbank, Rezepte bei mir im Internet, unter Dunkelrot, aber hier ist es einfach auf den Punkt zu bringen. Zum Steak, also ein schön kurz gebratenes Bavette zum Beispiel. Ich weiß nicht, vielleicht als kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Bavette, was ja ein Zuschnitt ist vom Rind, den es eigentlich nur als US-Cut gibt. Herrlich marmoriert, ist eine Sensation, kennen die wenigsten. Genauso Skirt. Der Skirt ist Zwerchfell, also aber auch Muskelfleisch. Unglaublich, auch ein US-Cut, den es hier fast in Deutschland nicht gibt. Kann ich also mal mitempfehlen an der Stelle. Versucht das mal zu bekommen. Skirt, S-K-I-A-T oder Bavette, B-A-V-E-T-T-E. Sensationelle Steaks, scharf anbraten in der Pfanne und dann nur ein bisschen ziehen lassen, innen schön rosa bis rot den Kern, bisschen Pfeffersalz und dann so ein Wein. Ich meine, was soll denn da passieren? Jetzt noch eine schöne Frau, einen schönen Mann neben sich oder wie auch immer. Ich weiß nicht. Denk drüber nach. Für diesen Wein brauche ich ein Bordeaux-Glas. Ganz klar, habe ich hier stehen. Und dieser Wein bekommt von mir 95 Wine Grenades. It's a grenade! B In That Whole b Now B 南chl 南an B Am B B B B B B B B B Untertitelung des ZDF, 2020